? ? ? ? ? ? ? ? ? Oh, jetzt gehts los! ? 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 und jetzt oder doch ja dann werden jetzt 2.1 das ist cool oder und abflug du hast erfolgreich ein schiff für den weltraumflug entwickelt der himmel winkt der kosmos wartet das universum ist dir untertan vorausgesetzt du lernst wie man dieses ding fliegt genau und das werden wir jetzt auch laden also ich bleib weiterhin commander ja das ist noch unangewohnt einfach nicht drauf konzentrieren so wie ging das hier jetzt wieder ich kann mich gar nicht mehr erinnern hier das kommunikationsfenster so ich lese das jetzt mal vor Glückwunsch Kadett ist das nicht ein Schmuckerflitzer wir schrauben zwar immer noch neue Teile an dein Schiff aber es ist für die Reise ins All schon so gut wie einsatzfähig bist du schon mal mit meinem Brautschiff geflogen nicht hör bitte auf hör bitte auf naja es geht doch nichts über einen Testflug wenn die gesamte Bevölkerung der Klebding der Klebding vom Planeten hä? wenn die gesamte Bevölkerung der Klebding vom Planeten ah jetzt hab ich verstanden wir heißen ja Klebding genau also wenn die dir uns zuschauen was meinst du bist du bereit dir deine Kapitänsplakette zu verdienen? ok ich bin dabei ja wir wissen doch schon wie wir ein Schiff kommandiert oder? ja da müssen wir ja nicht wieder das Tutorial machen oder machen wir das? machen wir das mit den Leuten zu zeigen oder? ok machen wir ich hab draufgeklickt ja bla 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 also Köstkanal ah genau jetzt müssen wir diese komischen Ringe Traktionsstrahler ne Ringe durchfliegen ah ok so das ist jetzt unser Flieger mit der rechten Maultaste 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 ahja hier so gehen wir hoch und runter mit dem Scrollen kann ich jetzt irgendwie die Kamera verändern? ahja genau also das heißt fliegt durch die erste Kugel ich flieg erstmal hier durch so ups falsch rum dies war die zweite genau Nummer 3 und da ein Stück haben wir beide alle? hoch wow die hab ich gar nicht gesehen Mensch so geschafft Clapping Zentrale was steht hier eigentlich? Clapping Reich ok ok ja gut gemacht Cadet ja also waspace was soll ich als nächstes tun? findest du auch dass sie redet wie so eine Diva? ja na no nimm ein Snickers immer wenn du hungrig wirst isst du zur Diva ja ok erklär mal kurz was für steht bla 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 ok ich bin dabei du musst ein Tier scannen ok Ah, jetzt haben wir hier ein Werkzeug erhalten. Hm, okay. Ja. So, welches Tier müssen wir denn scannen? Wahrscheinlich das, wo die Pfeile hinzeigen, ne? So, wie scanne ich das jetzt? Ja, du hast es schon. Okay. Und unser Kommunikationsfenster. Okay. Schockschwere Not. Geil. Also wir haben einen Entführungsstrahl im Frachtmenü. Das ist wo? Da, ne? Mhm. Haben wir noch gar nicht. Okay, ich bin dabei. Zack. Jawohl. So, wo haben wir die Kreaturen? Da vorne sind wir. Da sind sie doch, oder? So, jetzt haben wir hier den Entführungsstrahl. Und bieben hier einen hoch. Jetzt habe ich sogar zwei hoch. Oh, ich glaube, der ist tot. Na egal. So, was will der? Wo sind sie eigentlich in der Städte? Genau. Er hat gesagt, wir müssen die Sauerei wegputzen. Also in einer Stadt. Egal welcher. Okay, dann gehe ich mal ganz tief. So tiefer kann ich nicht mehr. Ja, das war ja einfach. Achso, jetzt haben wir hier noch eins dabei. Das darf ich mal gerade sterben. Zack. Oh. So. Jawohl. Also was als nächstes? Okay, wir müssen also infizierte Kreaturen eliminieren. Mit dem Laser. Okay. Jopp. Mussten wir das das letzte Mal auch? Ich erinnere mich gar nicht. Du? Hm? Mussten wir das das letzte Mal auch machen? Feuer! Auf dem Berg lädt das letzte Tier. Okay, das hat ja geklappt. So, wir haben den Artikel, den Titel, Kapitän erhalten, genau. Ah, also jetzt können wir uns hier Sachen kaufen, ja? Interplanetarantrieb. Ja, den können wir uns kaufen, oder? Hm, den müssen wir. Ja. Okay, ins All. Wenn du willst, kannst du WAST übernehmen. Dann häng ich nicht so zwischen den Händen hier. Okay. Sehr lobenswert. Bam, Upgrade. Glück von Justin Bucklehead und den Titel Kapitel verdient. Achievement. Trophy. Ja, oder so. So, dann hol ich mal ab. Wann mach ich eigentlich mit WSD? Ähm, nur wenn wir auf dem Planeten sind, muss ich zu steuern. So, was ist denn jetzt unser Ziel? Achso. Reise zum Plaketen. Jakkultmann. Wer ist denn Jakkultmann? Ja, da ist Jakkultmann. Und runter geht's. Da ist was auf dem Schiffsradar. Oh, ein abgestoßtes Schiff. Also, Raumschiff. Das sendet ein seltsames Funksignal. Ja, alles klar. Gut, dann gehen wir mal dahin, würde ich sagen. Oh Gott, hier ist ja... Hier schneit es. Okay, hier ist es. Ich würde sagen, wir scannen das erstmal, oder? Ja. Also, wo ist denn das hier? Hauptwerkzeuge, scannen. Ja, ganz spannend sogar. Außerirdische. Okay, also die haben eine verschlüsselte Landkarte gezeichnet. Und jetzt hat das FRAC einen Transportstrahl aktiviert. Okay, mal abwarten. Raketen und ein interstellarer Antrieb in den offenbar Sternenkoordinaten einprogrammiert sind. Okay. Also hatte das Schiff damals einen Kampf. So, also sollen wir jetzt das Sonnensystem verlassen. Gut. Achso, falls jemand nicht weiß, warum Uri's gerade nicht redet, der ist gerade beschäftigt. Hat bestimmt keinen interessiert. Sicher. Oh, also wir haben einen Ordnungsgeknäufe in einem Stern in der Nähe. Okay. Dann fliegen wir dahin. Wenn wir die Hilfe brauchen, machen wir das natürlich, ne? Wie komm ich denn da hin? Runter. Achso. Ja, wusste ich ja nicht. So. Doch, ich muss mal kurz mein Handy noch im Sturm stellen. Entschuldigung. Mist. Das hat man jetzt auch gehört. Ja. Keine Ahnung. Würde ich niemals zulassen. Ich meine, das ist auch bloß peinlich für dich. Ist das der Planet? Die geht zum Planet. Bumm. Da ist es auf dem Schiffsradar. Wajajajajaja. Oh geil. Eine Stadt. Na okay. Ruinen. Dann scannen wir die mal. So müssen wir denn hier hin. Boah, 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 boah. Ah, ich hab's gefunden. Okay, dann scannen wir die mal. Ah, das ist hier. Scannen. Okay, jetzt haben wir eine Aktivität auf dem Radarschirm. Oh. Okay, der Scanner hat die Verteidigungsanlage aktiviert. Warnung, Eindringlinge. Crocs entdeckt. Crocs. Wir sind aber gar keine Crocs, oder? Warnung, alle Crocs entdecken wir nicht zuletzt mal. Wir sind keine Crocs. Töte sie, Erik. Töte sie. Ja, ja. Ich muss mich jetzt... Töte... Was haben wir hier? Ja, los. Die Mini-Sers hat eine kleine Proton-Rakete. Oh, die Mini-Laser. Jawohl. Mini-Laser. Das war laut, oder? Oh, ja. Das sollte ich vielleicht ein bisschen leiser drehen, dabei nächstes Mal, oder? Ja, gut, dann müssen wir durchschreien. Das macht ja auch nichts, oder? So, ich würde sagen, wir sollten uns erst mal zurückkehren, oder? Ja. Also zurück in unser Sonnensystem. Ach, das hat der Bericht. So, Heimatplanet, wo bist du denn da? Du, du machst hier wieder, wie heißt die? Heimatplanet, wo bist du denn da? Okay. Heimatplanet, wo bist du denn da? Okay. Heimatplanet, wo bist du denn da? Nee, das verstehe ich jetzt nicht. Okay, also wir sollen irgendwas machen. Eine Kolonie gründen. Müssen wir wieder fragen, wie wir eine Kolonie gründen? Nimmst du das mal schnell durch. Genau. Ausgezeichnet, eine Kolonie zu platzieren ist einfach. Nach dem Flug zu dem Planeten Grün, wärst du das Koloniewerkzeug aus, das sich jetzt in deinem Kolonisierungswerkzeugkasten befindet und platzierst die Kolonie auf dem Festland. Das ist Kolonie auf dem Festland. Genau, in der Nähe eines Gewürzels. Ja. Und was machen wir jetzt? Warte mal. Okay, wir unterbrechen mal ganz kurz. Ja. Ja. Ich weiß nicht, wie lange ich bleibe. Von daher, falls ja, rufe ich an, falls nicht, nee. Gehe ich zu Fuß her. Mir ist ja jetzt egal. Hä? Nein, weil er gesagt hat, das soll dann abgehen, dann wollen wir doch selber abgehen. Dann ist gut, wenn dann da gerade steht. Ist schon okay. Oh. Ja, ist kein Thema. Ja, wenn es später gibt, wenn ich mich nimm, dann komm ich zu Fuß, ja. Wenn es später gibt, dann will ich mich nimm, eh. Ja. Okay. Tschüss. Das war jetzt strange, dieses Klicken. Gut, da sind wir wieder. Genau. Und jetzt funktioniert es. Dann, da war jetzt ein bisschen Perry. Und da war Zeit mit ? Und da war vielleicht ein bisschen, da woanders drinks jem, ja.